. Ciao a tutti, e benvenuti al Ministro Guardi. A Champinautio Velo, n'è spettia. Tienes perfil in Mountainbike, per far crowds in trails, iso crampo e redis, n'i per iso seis. Alle Regioni de Flamelikes Valera organizesche in Unión mit amardi-sera per curante fontes in Trainament de Mountainbike. A Dinde Coelze, n' unser Compignau. Hey, hoi zusammen. Herzlich willkommen. Zum Glück scheint die Sonne heute. Einmal zur Anwechslung. Wir würden heute, noch mal wie das letzte Mal, auf den Runca gehen. Wir haben ja das letzte Mal geübt, springen. Mardis, so in der Schule, auch nur, und in der Gare im Nahe, tot l'Energie, säser sein Bike a schmacken a les Pedales. Pels tretische Fons, und unter Coelze, idel kuin siadò. Auf den Mieren, ein Runca-Trail, a Flemme. Ma, qual weint es zum Almeyer entziehen? Ja. Ja. Gleichmessiges Tempel. Ja. Und den Schnurff einteilen. Ja. Und den Schnurff einteilen. Das sind aber die Konditionen, wo sie in den Schnurff einteilen. Und den Schnurff einteilen. Das ist so. Ein bisschen strenger, als er von so einer Wundenenergie bei der Petralade, der Gaudela Kontrade, der Nische Zon, der Tränat Wheelies. Welles. Wir sind eine Bikegruppe, die oben fährt. Wir fahren am Abend, die Bahnen fahren nicht. Wir haben ein paar Kids, die sehr viel mit einem Band unterwegs sind. Die waren am Anfang etwas im Fluchen und mussten sie etwas angewöhnen. Aber bei den Kids ist es so cool, wie schnell das geht, wie schnell sie wieder fit werden. Innerhalb von drei, vier Trainings ist das gar kein Thema mehr zum Utreten. Jetzt sind wir wieder. Unsere Jungs dauern eine Pause. Hier ist eine Jade. Da sind Bläirs, Bläirs, sonst. Auch keine Schäbler. Bei ca. 50. Eine Montagne, ein Velo, und eine Nacht mit einer Sömme. Ich finde, dass sie hier mit dem Velo und der Sperl ist. Sie und ich, von der Montagne. Auf dem Velo war aber eine große Marke. Für uns, eine gute Finanze, und eine große Schäbler-Rome. Keine Pferde. Aber nicht mehr. Auf dem Velo war der Velo, dass sie die Schäbler in der Schule nicht war. Und die Freunde, sie mussten nur einfach, um die Gullivore zu fremieren. Aber die Velo, von der Montagne, Sie und ich, hat nichts mehr zu tun. Und die Velo. Neues Stunden, um die Velo wieder zu reinventieren. Als Kindes haben wir die Fähler mit den Fähler, mit den Fähler und mit den Profil. Für die Gullivore der Montagne, sie haben sie die Bälle, die Gullivore der Bälle. die Gullivore der Bälle auf die Gullivore. Und für die Gullivore der Montagne, die Zeit, die Gullivore auf die Velo ist, sie sehen. Und die Uhr waren wir hier. Es ist klar, die Fremde sind einfach mit Fremde in Rode. Aber die Gräf-Rom von Charles verwendet mit einem Rompi-Lef mit Aluminium. Blair Spitz und Spass. Wir haben uns ein Fahrrad mit dem Namen «Mountainbike». Das Fahrrad in Englisch bedeutet Fahrrad in Montagne. Bei dem Auto haben wir viele Inventionen von viele Personen, wie beim Mountainbike, die wir nicht kennenlernen. In der Nacht haben wir noch einmal einen von Blair's, die den Mountainbike erinnert haben. Beim Mountainbike haben wir eine Wand, pass per pass. Dies sind zum Beispiel Rode Pügrondes, eine spezielle Geometrie, Roms, Förster der Carbon, Fischleif und der Päne an der Tablas. Sie schreien aber einen Tag, der Fahrrad mit einem Fahrrad mit einem Fahrrad mit einem Fahrrad, bei einem Fahrrad auf der Nacht, vor dem 50.11 Uhr, wahrscheinlich nicht mehr auf 100 Meter. Stopp, stopp, stopp! Aber Onkels-Affons und der Gäste des Trails-Juedau stahl bei uns über 1000 Euro in Dreck. sehr im Vergleich zu einem Fahrrad hat vor dem Flugzeug schon etwas copied. Ich will nicht den Platz an den Fahrrad mit einem Scher. Ich will nur sehen, dass wir der Platz mit einem Fahrrad mit einem Ort mit einem anderen Rad. Wir haben die Ablager in Wien, der MTk und einem anderen Rad. Ich will nicht mehr in den Ernst nicht mehr auf dem Rad. und dann beim zweiten und dritten Mal ein bisschen schneller. Denn es ist eher die Sprungtechnik, die wichtig ist, als die Geschwindigkeit. Finalmain. Let's go! La fina mire del Trainement, au bout d'esserts comprimed du a d'héme, ma bonne de perfektionale Technique de Seyit. Boah! Inseible gronne que lauter. . . . . . . . . Wir sind hier in Sales. Ja, in Sales. Ich habe eine Bewusstheit, dass der Grau-Horg und Pneus ist und die Körper ist so schnell, was schief geht. Auch innen gehen dort sind es der große Sales. Es war sehr schön. Sie kommen hier und im ersten Training können sie kaum bremsen oder richtig schalten. Sie lernen so schnell. Durch Spielen und zu viel fahren ist extrem, wie schnell sie Fortschritte machen. Eine sehr coole Bike-Union-Krappe hat sofort, wo wir im Trainament gehen, mit einem Bia de Pli. Ich habe eine Fatrix, eine Trainings-Kausse. Ich habe einen Bia de Pli, einen Zähmen und ... Ich habe den Fahrt gewonnen. Ich habe einen Geerkund und auch beim Sprung hat es Fliegen. Das ist so cool. Auch die Geschwindigkeit in der Kurve liegen ist auch uncool. Ich habe den Fahrt gewonnen. Ich habe den Fahrt gewonnen, Das ist eine sehr gute Idee. Aber die Menschen sind in der Schule. In unserer Region sind viele Päckchen wirklich verletzten. In der Schule in der Schule, in der Schule, die Zetsche. Diese Infernalen ist die größte Mögel der All-Innocenten. Die kleinen Mögel können sehr großartig sein, weil die Vampire und Mögel nicht die Mögel genutzt werden, die Mögel nicht nur 5, das kann sein 5 von einem Cervi, von einer Cerva oder von einem Fanta. Die Mögel, wenn sie nicht die Herbe aus dem Menschen verletzt, schützt sie eine Pelle und ein guter Appetit man sie über unsere Mögel. Die Mögel, die Mögel verletzt, in Formen von Virus oder Bakterien, und die, bei der Teilen, die Fichte verletzt. Für die Mögel und die Mögel von einer Cerva wählen sie über einfachen Regeln. Sie sind bereit. Erstens, wenn sie so gut oder durch die Herbe verletzt werden, und sie verletzt, sie verletzt. Sie können ein Spray gegen die Cerva helfen. wenn sie ein Spray gegen die Cerva oder in einer Mögel mit einer Exkursion oder der Lieber, ist gut zu machen. Sie können eine Cerva. Sie können eine Cerva. Sie können eine Cerva. Sie können eine Cerva. Wichtig ist, zu kontrollieren. Und alles. Third, wenn sie ein Cerva, Sie können eine Cerva. Sie können eine Cerva. Sie können eine Cerva. Zum Beispiel die Cerva. Jetzt machen sie eine Cerva. Und schüppeln mit Tschurz. Gauder, bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.